Liebe Lolli-Zuschauerinnen, liebe Lolli-Zuschauer, herzlich willkommen zum aktuellen Lisbo-Talk. Bei mir heute ein Gast, ich darf fast sagen, ein schwergewichtiger Gast. Er ist ein Meister in einem Fach, das ihr wahrscheinlich zwischendurch sogar anschauen könnt, wenn ihr Ur-Schweizer seid. Und zwar ist das der Christian Stucki, er ist Meister im Schwingen, wenn man so sagen darf. Ja, Meister nicht gerade, aber ich gehöre auch mal zur Spitze dazu und kann mich schon etwas zu den besseren Zellen. Im Februar gab es ein Hallenschwingen in Buren und das hast du gewonnen. Ist dir das einfach gefallen? Ja, so einfach gefallen ist es nicht gerade, aber ich habe noch den Gang verloren. Dort kam ein wenig Pech dazu, dass ich den Gang verloren habe, aber sonst ist es eigentlich relativ gut gegangen. Das Hallenschwingen in Buren ist eigentlich ein wehkampfmässiges Training für die Vorbereitung der Saison. Aber das ist natürlich schon sehr gut, wenn man einen guten Abschnitt abschneidet, oder? Ja, das auf jeden Fall. Es gibt auch immer ein wenig Selbstvertrauen und man kann einfach sagen, man kann sich dann noch ein wenig einschätzen. Aber seit dem März kannst du nicht mehr wirklich richtig trainieren, da hast du in die grünen Ferien einrücken müssen. Dort bist du sogar auf dem Weg zum Lefty. Wie sieht das aus? Militär und Schwingen, passt das zusammen? Ja, es ist einfach klein schwierig für Trainingszeiten zu bekommen, weil jetzt bin ich gerade den Wachmeister im Abverdienen. Natürlich hat man seine Rekruten und man muss ausbilden, aber jetzt habe ich mal mit unserem Kadi gesprochen. Jetzt sollte das gehen. Für nächste Woche habe ich zwei Urlaubsgesuche eingereicht, damit ich dann trainieren kann und dann sollte das eigentlich in den Weg gehen. Aber hast du das Gefühl, du merkst schon, dass es ein wenig leidet, deine Schwingfähigkeit durch das Militär? Ja, die Schwingfähigkeit nicht unbedingt, aber die Kondition ist eher das Problem, das einfach rapid abnimmt, wenn man nichts macht. Jetzt, du bist ja Sportler, man darf vielleicht sogar Profisportler. Jetzt als Marathonläufer, der würde jetzt gerade die Sportler-RS machen, warum hast du die Sportler-RS nicht gemacht? Ja, also ich weiss es selber nicht genau, also die Schwinger nehmen sie einfach nicht mehr auf zu Magglingen, weil es nicht irgendwie eine olympische Disziplin ist oder so. Man muss dort quasi wie ein Olympiakader sein oder so und Schwingen zählt halt dort nicht dazu. Eigentlich daneben, wenn man die Schweizer Armee als traditionelles Unternehmen und Schwingen als traditionelle Schweizer Sportarten zusammennehmen würde, das müsste doch eigentlich gehen, oder? Ja, im Grunde genommen ist es schon so. Ja, irgendwie sollte man das schon drehen und machen, dass das geht, aber wenn sie nicht wollen. Also du wirst dich nicht stark machen für das, dass man vielleicht das Schwingen wieder aufnimmt? Ja, also sie hatten mal darüber, dass man das Schwingen dann wieder aufnimmt, weil bis etwa vor vier oder fünf Jahren ist es noch gegangen und dann haben sie es abgeschafft. Aus irgendeinem Grund, ich weiss es auch nicht. Ja. Du hast jetzt schon ein paar Kränze vorzuweisen. Im Moment sind es genauso viele, wie alt du bist, also 20 Jahre alt. Weisst du noch, wie das angefangen hat mit dem Schwingen? Wie bist du zum Schwingen gekommen? Ja, also zum Schwingen bin ich gekommen durch einen Vater. Der hat mich mal mit siebenjährigen mit einem Schwingkeller geschleift. Und dann bin ich eigentlich dabei geblieben und ja, es gefällt mir bis heute eigentlich noch. Muss man da ein Schlägerchen sein? Muss man da ein aggressiver Typ sein, damit man da im Schwingen den Schlag kommt? Ja, also ein Schlägerchen-Typ muss man nicht gerade sein. Man sollte manchmal auch ein wenig aggressiv sein, aber eben das ist manchmal auch mein Problem. Manchmal ein wenig aggressiver zu lieben. Ja, zu lieben bin ich einfach. Aber ja, es ist bis jetzt auch so gegangen. Ich hoffe, es wird bis jetzt auch so weitergehen. Was würdest du sagen, was sind die Grundvoraussetzungen, damit man schwingen kann? Ja, was sind die Grundvoraussetzungen? Natürlich eine kleine Postur sollte man schon haben. Ja, ja, also es gibt schon magere Schwinger, aber jetzt, wenn man so schaut, der Durchschnitt von einem Schwinger ist es sicher so bei 90 Kilo. Ja, dort rum. Und natürlich so 75 Kilo, 70 Kilo ist es natürlich schon nicht gleich so viel. Und dann natürlich auch ein bisschen Talent braucht es auch. Ja, das ist eigentlich alles. Aber du lebst ja auf grossem Fuss. Was hast du jetzt auf einer Schuhgrösse? Ja, eine Schuhgrösse ist 51 Kilo. Und findet man da Gebirgsschuhe? Ja, das ist auch die Schwierigkeit, wenn man so, was die Turnschuhe so anbelangt, man darf einfach nicht so heikel sein. Man kann einfach dann nicht immer die Schuhe nehmen, die immer für die Pass, man muss einfach die nehmen, die geht. Und der Kleinst ist ja auch nicht gerade, also du hast eigentlich immer den Überblick, wenn du irgendwo in eine Menge reinläufst. Jetzt knapp zwei Meter sind es und dazu ein lebendes Gewicht von 140 Kilo. Ist das ein Vorteil beim Schwingen, wenn man eben über so extreme Mass verfügt? Ja, teils, teils natürlich. Die Grösse ist schon ein Vorteil und das Gewicht, aber eben manchmal ist es ein Nachteil. Man wird einfach, so ich sage, man ist nicht so schnell wie die anderen natürlich, wenn man dann einfach schwerfälliger auf den Beinen und die anderen sind dann vielleicht ein bisschen flinker. Und dann kann es dann auch mal geben, dass man irgendwie verliert. Das Militär ist irgendwann dezent und du willst wahrscheinlich im Schwingen wieder Fuss fassen. Was hast du für sportliche Ziele gefasst, was unspunnen ist an so einem Thema, nehme ich an? Ja, das auf jeden Fall. Und eben, wie gesagt, das Militär kommt einfach dort ein bisschen dazwischen, aber ich schaue jetzt das Beste zu geben. Ich habe einfach versucht, dass ich an das Unspunnen-Schwingen gehen kann. Dann bin ich dann auch noch selektioniert natürlich, aber wenn ich klein mit davor bin, kann ich auf jeden Fall gehen. Und ja, dann sehen wir dann einem Unspunnen, wie viel wert das ich bin. Wie siehst du deine Chance in diesem Fall? Ja, also... Jetzt mit dem Training und so ist natürlich schon ein kleines Problem, aber... Ich versuche einfach, das Beste zu geben, aber... Es kann dann sein, dass ich irgendwie hintenab bin, aber es kann dann vielleicht auch gut sein, dass ich dann gleich mal unter den ersten zehn bin. Was würdest du sagen, was sind so deine letzten drei grossen Erfolge? Ja, die letzten drei grossen Erfolge... Natürlich das Eidgenössische, das Luzern. Der dritte Rang. Dann der Sieg im Schwarzee schwingen. Es ist schon nicht so üblich, mit 19 in Deutschland zu gewinnen. Und dann natürlich noch ein Sieg im Südwestschweizerischen. Also das Ausserkantonhaus, das Teilverband, das Schwingfest. Was steht jetzt für dich als Nächstes an? Wie willst du weiterfahren? Was hast du geplant? Ja, geplant habe ich eigentlich noch nichts Grosses. Also natürlich die Schwingfesten nehmen, die beginnt die Dossensaison wieder an. Und das ist das erste, wie es mir ist, irgendwie im Juni, am 5. Juni, glaube ich. Und das Zerberg, zeländisch. Das ist, glaube ich, mein erstes, den ich draussen mache. Und ja, dann darf ich mal schauen. Jetzt tust du ja an. Du bist glücklich vergeben. Wie stehen deine Freundinnen dazu, dass du schwingst? Oder zu deiner Schwingertätigkeit? Ja, manchmal soll ich sagen. Sie ist schon, sie ist eigentlich meistens dabei. Aber manchmal ist es einfach so, wenn ich einfach trainiere. Und letztes Jahr im Winter bin ich wirklich viel vor gewesen. Und dann hat sie mir schon manchmal gesagt, ja, sie will mich ein wenig mehr sehen. Aber eben, manchmal geht auch der Sport vor, vor der Freundin. Aber jetzt bin ich ja im Militär und sie sehen ja nicht so viel. Das geht auch so. Gut. Also, dann wünsche ich dir auf deine weiteren Tätigkeiten als Schwingert ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden das sicher im Auge behalten, was da passiert mit dir. Und ich denke, ja, vielleicht in einem Jahr oder so sitzt du wieder bei uns und hast irgendwie wieder die 20 Grenze oder so gewonnen. Wer weiss. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke euch ganz, ganz herzlich, für reinzuschauen. Und ich bin sicher, dass wir uns das nächste Mal wieder an der Lisboa werden begegnen. Merci. Also, die Gesundheit in diesem Fall. Schön, dass es können wir haben.